Mit saisonal wechselnden Gerichten, starken Bezug zur Region und mit viel Liebe zum Detail kochen sich die Wirtinnen und Wirte der niederösterreichischen Wirtshauskultur seit mehr als 20 Jahren in die Herzen ihrer Gäste. Für die glanzvollen Momente in der Küche sowie ihr Engagement rund um das Wohl der Gäste werden die Besten der Besten traditionell beim Fest für die Wirte gewürdigt. Kulinarischer Treffpunkt in diesem Jahr ist die ehemalige Reitschule von Schloss Grafenegg. 500 erlesene Festgäste und Freunde der Wirtshauskultur fiebern der Prämierung des Topwirtes des Jahres entgegen. Das Fest für die Wirte inklusive der Topwirtverleihung findet heuer zum 19. Mal statt und es ist natürlich ganz was Besonderes für uns Wirte, weil wir an diesem Abend die Besten unserer Zunft in Niederösterreich vor den Vorhang holen. Die Wirtshauskultur ist einfach das Rückgrat unseres touristischen Angebots, denn wir positionieren uns schon seit Längerem als Land für Genießer und zum Genuss gehört natürlich gutes Essen, gutes Trinken dazu und dementsprechend das nicht wegzudenken vom Land der Genießer. Anonym von einer fachkundigen Jury getestet, sichern sich 57 der 230 Mitgliedsbetriebe den Titel Topwirt. Unter ihnen befinden sich die Preisträger in den Kategorien Einsteiger, Aufsteiger und Topwirt des Jahres. Über die Auszeichnung Einsteiger des Jahres freuen, darf sich Familie Hoever vom Gasthaus Hoever aus St. Georgen an der Lees. Ein Ort für wahre Feinschmecker, die besonderes Augenmerk auf regionsbezogene Küche legen. Für mich hat Regionalität nichts mit Mode zu tun. Es sind so Freundschaften mit Produzenten, Bauern, die was einfach was Inniges verbindet und die Qualität, die da geschaffen wird, kann ich nirgendwo weltweit kaufen. Mit der Auszeichnung Aufsteiger des Jahres schmücken sich Franz und Gabi Heinz vom Gasthaus Trefflingthaler Haus aus Puchenstuben. Bereits seit drei Generationen werden in gemütlicher Atmosphäre traditionelle, aber auch moderne Speisen für Wanderer und Genießer zubereitet. Wir sind jetzt seit etlichen Jahren bei der Wirtshauskultur dabei und seit drei Jahren sind wir unter den Topwirten und das bedeutet uns eigentlich sehr viel. Gegen 20 Uhr war es dann soweit. Mit dem Puchrecker-Wirt aus Winzendorf in den Wiener Alpen in Niederösterreich wird der Topwirt des Jahres gekürt. Die Kochlinie lässt sich mit Mut zu neuem, jedoch mit Rücksicht auf die Werte und Wurzeln der Familie beschreiben. Das liebevolle Service wird bestimmt durch die beiden Inhaber Johann und Silvia Puchrecker. Für die Gourmet-Küche verantwortlich zeichnet ihr Sohn Christoph. Ich glaube eine Besonderheit bei uns ist der selbstproduzierte Schinken und auch die anderen Produkte, die wir selber produzieren. Uns bedeutet die Auszeichnung sehr viel. Wir hätten da nie gerechnet damit, das war eine Riesenüberraschung. Und jetzt möchten wir das Beste daraus auserholen halt. Ich wünsche allen Preisträgerinnen und Preisträgern, dass letztendlich diese Mühe auch entsprechend belohnt wird, durch möglichst viele Gäste und viel Freude mit den Gästen. Für den geschmackvollen Abschluss dieser Veranstaltung sorgen die Vorjahressieger gemeinsam mit dem Kochnachwuchs, den Zauberlehrlingen. Für Freunde herzhafter Genüsse war alles dabei. Wohlfühlen, genießen und einmal selbst im Rampenlicht stehen. Die Wirtinnen und Wirte der niederösterreichischen Wirtshauskultur haben es sich mehr als verdient.